Haben Sie draußen jemanden? Nein, Chef. Und hier drin? Kennen Sie hier drin welche Freunde, Feinde? Niemand, Chef. Du hattest im Hof ja schon Probleme. Glaubst du, du hältst ohne Schutz durch? Ein Typ hatte ich gestern in der Dusche angequatscht. Kennst du ihn? Wieso? Wenn du ihn nicht umbringst, bringe ich dich um. Also gehst du für mich da raus, du kommst wieder und wirst bezahlt. Du quatschst mit dem Muslim, du quatschst mit den Korsen, ordentlicher Spagat. Laman echte Merner. Tawaha dechte Malaya. Du schlägst ihm eine Einigung vor. Die Verstecker, die Autos, die Lieferanten, alles. Wir reißen den Markt an uns. Wir starten richtig durch. Die Finger's on the trigger and the mind is on the plan. I got my prescription and every citizen's got his. I'm counting Lincoln's and living in the corner of my room. Wenn du was zu fressen hast, dann nur durch mich. Wenn du denkst, wenn du träumst, wenn du lebst, dann nur durch mich. Wie machst du das? Was bist du? Bist du ein Prophet oder was? Bist du? Bist du? Bist du? Ich bin mal ein bisschen.